Willkommen zurück zu Days Gone Ich bin euer Führer Bo und wir gucken ob wir jetzt mal hier Sprit irgendwo finden Für unser Bike, oh nochmal Zeug hier Ressourcen brauche ich ja auch noch, stimmt ja Dankeschön dass du mir die gibst Äh Oh Tja, tut mir leid für dich man H2 ist so'n schönen Tag Da kribbelt einer rum Ich werde ja nur den Sprit haben, man Für mein Bike Deswegen bin ich hier, aber es ist dunkel Stimmt, ich hab ge... doch Munitions hab ich aufgefüllt, stimmt ja Munitions hab ich aufgefüllt Das war also vollkommen okay Okay So und wir wollen Hier hin Hier muss auch noch ne Orde sein Welche Orde hab ich denn gemeint, die ich gemacht hatte, wo ich ein Lager-Camp gemacht habe Das war irgendwo ne Eisenbahnstrecke meine ich Oder ja ne 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 Äh, hier war das Camp Ja hier war's, da haben wir's gemacht Die eine Horde hier haben wir gemacht Und die Horde haben wir gemacht Ja hier muss echt alles voll mit Horden sein Eigentlich auch noch Wenn ich mir das angucke Wenn die noch sechs Horden sein sollen Wenn die noch sechs Horden sein sollen Boah Bin ich ja gespannt Was sagen wir runter Was sagen wir hier Hier haben wir noch nen Weg hoch Ja Wir schauen mal Stimmt, wir haben auch die eine Horde an dem Übergang Die wir nicht gemacht haben Da sind sie Kann ich nochmal speichern Kann ich nochmal nicht Dann komm her Hä Zack Darf ich jetzt nochmal speichern oder nicht? Scheinbar nicht Wie viel sind denn das hier? Raum spielen wir ja Beyblade? Hallo! Danke So, Splitter-Ganaten haben wir noch Und Mollys So 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 Ich mag das da jetzt schon Aber jetzt noch Okay, er hält doch mehr aus, als er wartet Zack So So Erstmal verarzten Und dann Hier mal durchschlagen Ah, hier haben wir auch das Maler 10 Plus dran So, na Na Dann macht das Hordenkill noch direkt viel mehr Spaß Na So So, geht die auch noch zur Horde oder was? Hallo Wann hab ich die Horde denn jetzt mal fertig? So Ach, da sind noch weiter welche, okay Interessant Wo kommt? Ich will Stress Mit euch Mit euch Oh Ah, das war der letzte, okay Guck mal, dann kriegen wir direkt ein paar Punkte 30% Hordenkiller Sehr schön Sehr schön Dann haben wir die Horde schonmal Tja, jetzt hier rum vielleicht noch mal eine Horde Die müssten ja auch sehr kompakt eigentlich sein Hier müsste eigentlich auch eine Horde sein Guck mal, jetzt einfach mal die Horde an Müsst einfach mal suchen Einfach suchen, suchen Suchen und gewinnen So Hallo mein Bike So Ein Kilometer Hey, da müsste auf jeden Fall noch ein paar Horde sein Eigentlich Das kann nicht alles gewesen sein Da muss hier auf jeden Fall irgendwo noch was in der Nähe sein Aber Where So auf jeden Fall, ja die haben wir gemacht die Horde Da könnte noch eine Horde sein Ich weiß nicht, ob die hier zugehört Hier wird auch noch eine Horde sein Ah ne, das wird doch nicht die sein Boah Hier ist auf jeden Fall noch eine Horde Na ja schon einfach mal Ne, guck mal einfach mal durch Oh, warte Wenn wir schon mal eben hier sind Weil Da hat einfach jemand eine Bierflasche weggeworfen Wir brauchen noch ein Medikit Kann glaube ich noch tragen Nehmen wir uns das doch mit Auf jeden Fall der Fall ist das was wir machen sollten Oh Wir haben doch voll Shit Schade Gut Dann nicht So Ja ich bin jetzt momentan auch nur abgefangen Gefühlt Weil ich jetzt die Horde mache Jetzt bin ich aber auch motiviert die Dinger zu machen muss ich sagen So Oh Schade Ich dachte mir gerade so Hey, da ist offen Munition Für unser Gang G Aber nöp Das ist viel Jägerohr Aber schön, dass er den einfach so anvisiert direkt schon Auch interessant Ist da unten X Aber egal So Wir müssen nachher so ein bisschen Ausschau halten nach Anzeichen Für eine Horde Oh, ich dachte ich etwas gehört Habe ich dann wohl nicht Na gut Und weiter geht's Und Killer 4 Achja, hier war ja was Ja Schaffen wir das? Nein Oh, ich bin tot Ups Ich dachte das könnte man vielleicht schaffen Vielleicht ein bisschen mehr anlaufen Aber jetzt sind wir da wo ich auch hin wollte eigentlich noch Brücken machen Ah, der hat hier gespeichert Lass uns einen Abstecher hier machen Ach, hier ist das Das ist die Na gut, für Problem zuhause Jetzt sind auch die ganzen Zombies gedespawnt und so Hab ich das mitbekommen ab Können wir überhaupt hier durch Um weiter zu kommen Das weiß ich nicht Aber doch hier ging es nochmal raus Auf jeden Fall Das weiß ich Hier ist aber noch Munition, ne Die gönnen wir uns da bevor wir unsere Tasche nutzen müssen Zack 27 Schuss Äh 72 Schuss Das geht ja eigentlich Voll klar Ja, Schrott können wir Schrott gebrauchen Da sind plötzlich Hirsche Ja, hier haben wir leider geplündert Da waren wir gierig Hier können wir nicht aufmachen Hast du das recht aufgemacht? So, dann kam Aber wenigstens den einen noch Windpunkte Ja Können wir uns hier nach ihm schnappen gucken Aber hier ist einfach nur zugemacht Da ist nix, oder? Ist hier irgendwas? Hier kann ich rein Warum kann ich hier rein? Oh, Kletter Also Pass uns nur von einer Seite zu Oh lol Vor allem hier kannst du auch einfach rein Achso, hier wär eigentlich zu gewesen Okay Wir können sagen, bringt ja eigentlich voll viel Satz Sound Na gut Na gut Sooo Nehmen wir uns an Bike für die Strecke Ja, nehmen wir uns an Bike, komm Ja Dicken guckt an Bike nicht schon an Steck doch drauf Er ist hier sehr verbunden für Sooo Sooo Hier Sind wir für Nick Oh, ne Horde Ich glaube wir sollten laufen Hm Na, das klingt ganz gut Aua Holy fuck Warum hab ich plötzlich eine Horde hier? Okay Einer Ja, natürlich trifft er mich und ich hier nicht Junge Höf Wie gesagt Warum kriege ich eigentlich doppelt Erfahrungspunkte? Kann ich mir die Kids herstellen? Nein Kann ich nicht Okay, ich wollte schon sagen gerade Zack Schön, dass er mich immer trifft Und du ihn einfach nicht trisst Okay Ich bin surrounded Duscht das dann wie die ganze Zeit gefühlt Oh mein Ding ist ja fast kaputt Das lass ich auf jeden Fall mal reparieren So Die Batschklinge Die Batschklinge auch Okay Sooo Dann haben wir den Traktor Wovor du mir jetzt in den Puppen fällst Dann kenne ich dich lieber Noch ein paar mehr mal los So Das ist die Horde Dann kann ich mich einfach hinstellen und gucken wie sie verbrennen Das ist die Horde Ja Natürlich der eine muss noch kommen Ja, beide gemacht 33% Wir brennen dann doch optisch nicht so viel Beziehungsweise brennen wir nicht so viele wie sie optisch tun eigentlich Scheint es mindestens so ein bisschen So Jetzt habe ich das Ding jetzt eigentlich geguckt Ja, habe ich Ein bisschen Kerosin sogar So, warum steht mein Bike jetzt auf dem Was soll das denn hier? So, wir wollten Da ein Und da die nächste Horde auf uns wartet Bis jetzt passt es eigentlich, würde ich sagen Ich bin recht erfolgreich Kann ich speichern Jesu, kann ich nicht speichern Die Gegner hätte ich merken damit Die Gegner, ich bin ja auch schon 50 Meter weg Die sollten mich schon gar nicht mehr sehen Weißt du Wenn ich danach gehe, könnte ich nachts ja nicht speichern Nerf mich nicht Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Horde Die ist auf jeden Fall größer Das hat mich niemand bemerkt Noch einer hat mich gemerkt, okay War noch nicht Stimmt, war noch nicht Ich weiß nicht, was für die Gegner in der Nähe So, einen haben wir noch So Horde, 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 horde Oh, keine Muni Okay So Oh, er fühl mich Mit Sharks So So Horde das nicht abzufangen Hat wohl nicht so ganz geklappt Oh Keine Muni Äh, dann nehmen wir die Waffe Komplikant, sprinten wir mal, ein bisschen Abstand zu den Leuten hier, nein, nein, so, oh, schon leer, das hat aber nicht zu sein gehalten, achso, keine Oster mehr, oh, oh, ich würde gerne anzeigen, wie weit mein, äh, Pfingstumster ist, so, oh, jetzt auch ein Buchen kriegen, die Horde, wenn mein Ausdauermann zum, besser wäre, ich habe ja schon die höchste Ausdau, oder, aber es ist immer noch zu wenig, wo kommt ihr denn jetzt her, what the fuck danke, Horde erledigt, wenn man dreist, wenn wir kriegen, eine, noch einmal 10, okay, gut, heilen, nicht jetzt an solchen Idioten sterben, ja, natürlich, ihr dürft mich einfach doppelt hauen, ich darf euch gar nicht hauen, ich hasse es, ich hasse diese, diese Momente, wo ich gar nichts darf und ihr alles, so, gut, hier haben wir auch noch was gekillt scheinbar, boah, die Ausdauer ist einfach so niedrig, das ist einfach zu niedrig, ich wollte bei euch das fünffache, ne, Ausdauer, gefühlt, so, gut, haben wir das erledigt, können wir aber noch ein Pflänzchen her, ja, nein, immer, braucht man immer, so, kriege ich vielleicht so schnelle Ausdauer, warum sollte man auch schnelle Ausdauer kriegen, wenn man sich ausrottet, ne, beherrscht wahnsinnig, so, kein mehr da, erledigt, ist irgendwas am liegen, ok, na boah, ich scheine, dass ich auch zwei Schläge könnte machen, finde ich auch gut, so, ich brauche mehr Schrott, so, Munition auffüllen, so, 160 mal MG-Munition, na, endlich geht noch schnell speichern, ja, gut, haben wir die Horde auf, wie fahren wir jetzt, wir haben fünf Horden fertig, ich muss sagen, hier ist noch eine, das ist ja die zum Pass, die haben wir nicht fertig gekriegt, wenn ich mich recht erinnere, gucken wir mal, dann hätten wir schon mal sechs Horden hier fertig, ging halt auch recht fix, muss ich sagen, ja, ich hätte vorher zwei gehabt, jetzt habe ich, vielleicht habe ich drei Horden gemacht, also, ich hätte gerade Typen da gesehen, aber habe ich mir wohl nur einen gewählt, da komme ich nicht lang, hui, alles klar, so, so, da sind wir da, quatsch, erledigt, auch ein Swiss Taxi, äh, Taxi, Poliziauto, natürlich schön, da nehmen wir auch alles mit, aber alles sehr gut gebrauchen, so, wo sind wir denn gerade, wir sind hier, gut, hier, äh, vielleicht hier so, in dem Bereich, könnte eine Horde sein, aber da, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall auch noch eine Horde, 100% safe, ist dann eine Horde, die haben wir, glaube ich, nicht gemacht gekriegt, beziehungsweise, habe ich sie fast gemacht gehabt, dann habe ich sie, glaube ich, nicht hingekriegt, ein bisschen habe ich sie dann aufgehört, so, hier runter, hängen sie schon hier, ne, hängen sie noch nicht, da hängen sie, ok, auch ernsthaft, so, Schädel auf, so, gut, jetzt haben wir eigentlich schon so Ruhe haben, ne, und können noch eine Horde machen, hallo, anscheinend nicht, ok, so, letztes Mal reparieren, so, jetzt einen Traktor, den wir machen können, die Horde zieht noch da, ach du Scheiße, es sind so viele, die Horde, du gehst schon mal nicht zur Horde, wenn ich das richtig sehe, jetzt, wir sind halt am fliegen, so, mollis, 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 das ist meine Devise, und dann, so, 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 So. 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 Na, ich weiß nicht nur noch laden sollen. So. Ja, schön, dass ich das schnell nach unten ziehen kann, dass ich die Typen führen kann. Aua. Aua. So. Hoi. Ganz schönes Geballere hier. Wir haben die heute immer noch nicht fertig. Würde ich anmerken. Bist du der letzte jetzt, oder was? Na. Was ist der Rest der Horde? Seid ihr hier lang? Hm. Geht jetzt so, oder? Ich glaube nicht, oder? Aber scheinbar holen sich die Horden echt. Ja, sie sind hier lang. Schau mal, hier komisch, das Ding war ja hier, ne. Komischer Punkt war ja hier. Wo sie gesnackt haben. Wo sie gesnackt haben. Aber hier ist keiner. Hä? Ist gerade wie blind? Horde ist aber noch nicht gemacht, ne? Die Horde ist noch nicht gemacht. Wo ist die Horde hin? Weil seid ihr echt die Letzten da? Natürlich für mich ein Vorteil. Aua, ach da wart ihr. Oh. Da habt ihr euch versteckt, okay. Jetzt hab ich schon wieder keine Ausdauer. Nice. Schön, dass du mich erwischt. Die Dreckssäcke, okay. Berg rauf ist kacke für mich. Wie kann ich diese Ausweichrolle? Es gibt immer so ein paar Leute, die Ausweich rollen konnten. So. So. Das war immer noch nicht alles. WTF? Da schlindert noch einer rum. Das war er. Endlich. Bam. 38 Rodenkiller. Nice. So. Immer noch welche. Ist ja richtig scharf auf mich scheinbar. Zack. Ich bin auch scharf auf dich gewesen, Junge. Zack, zack. Haben wir dich erledigt. Huh. Gut. Haben wir die Horde auch erledigt. Sehr schön. Puh. Jetzt haben wir 6 von 8 Horden hier. Jawoll. Hinweistafeln haben wir alle. Ach. Schnellreise gibt noch nicht. Koppel. Wie viele Punkte haben wir? 20.000 von 25.000. Okay. Ein Viren Mike hatten wir. 6.500. Wie viele Horden haben wir hier? 3 Horden haben wir schon. Heißt, so viele Punkte die Horden kriegen wir gar nicht mehr hier. Okay. Heißt, ich muss durch Missionen und alles meine Punkte verdienen. Beziehungsweise ich geb nachhalt was ab. Puh. Echt krasse Kämpfe hier. Die Horde war dann doch krasser. Irgendwie als erwartet. Und dabei hätte ich sie fast schon gemacht, wo ich das beim Vers 2 gemacht hätte. Hat sie ja fast schon ledig gehabt. Aber gut. Abends und nachts sind sie dann auch härter. Lass man ja sagen. Ich brauche dringend Schrott, ey. Na gut. Dann versuche ich mal zu überleben. Bisschen Schrott zu sammeln noch. Weil... Das ist ja wirklich komplett davon gekommen, der Schrott. Vielleicht kriege ich ja hier was. Ja, Dicken. Danke, dass du so zielgenau bist. Nicht? Ja, hier ist einfach gar nix, oder wie? Ey, was soll ich nur den ganzen Schrott herkriegen, den ich benötige? Ist ja nicht mal zu loot. Na gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Heute haben wir vier Horden gemacht. Ja, vier Horden haben wir heute gemacht. Krass. Was haben wir hier? Wahrscheinlich noch irgendwie unser Ream geschossen haben, oder so. Keine Ahnung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Kade Какان宵 Leute zu sehen, warte. Kannst duadian alles auf Sie? Guck dir deinen Neu? going義 z dawn und Ruhlace. Warte da,你要 immer die Freunde. Das ist auch du verhalten. Ja, wir können überall hin implementing Batman. Givin' up, givin' up, givin' up, givin' up I give it up I give it up Life's too short To get it alright First time around You better not fuck up I wanna be born again I want a second chance Cause this time around You wondered all your life What you did right You let it slip away You let it fly by You burn all the bridges And there's no way back When the doubt comes to get you I wanna give it up I gotta give it all my life Ich hab jetzt Ich hab jetzt I get it all I get it all I get it all I get it all